Die Byron Informatik AG in Basel ist seit 1992 in der Softwareentwicklung tätig. Wir sind spezialisiert auf technische Informationssysteme, zum Beispiel für Gebäude, Schlüssel, Bäume, Störungsmeldungen, Hotelbetten, Heizungsanlagen, Segelflugzeuge, Bürogeräte und... Im Gespräch mit dem Kunden erfassen wir seine Erwartungen und Bedürfnisse, um in einem weiteren Schritt die Anforderungen an das gewünschte System zu formulieren. Basierend auf unserer Plattform Byron BIS entwickeln wir gemeinsam mit den Kunden auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Es ist uns wichtig, dass die Fachkräfte des Kunden bei der Entstehung ihrer Informationssysteme aktiv mitarbeiten. Wir konfigurieren die Lösungen mit der Plattform Byron BIS schrittweise und liefern Prototypen. Die Kundenmitarbeiter können damit die vereinbarten Meilensteine einfach überprüfen. Wir lassen die Rückmeldungen in das System einfließen, bis die Gesamtlösung steht.